Yo, Harambe, danke brav, danke für die zwei Gifte Zapps, danke Homie, ein großes Pogchamp an dich, ein großes, huge Pogchamp an dich, yo, Xantanalen, danke brav, danke Hallo Shit, es hat ganz toll geregnet, es hat ganz toll geregnet und ich bin mit meiner, erst mal richtig ausgesprochen, juhu Ähm, und ich bin mit meiner Mama, Yo, Harambe, holy fuck, danke für die drei Gifte Zapps, Fucky Insanity Mouth Danke, 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 Big Scheicher, Pewie Ähm, jetzt heute hat es ganz toll geregnet und ich bin mit meiner Mama, äh, Espresso trink gegangen Das war, ähm, fein, wir haben zwei lustige Hunde gesehen Ähm, und waren im Regen spazieren Das war schön Und ich habe ein Kunstwerk entdeckt, Chad Ich habe ein Kunstwerk entdeckt Was soll ich das an? Ein Show, äh, so eine, so eine Tafel Schokolade So eine, so ein Riegel Schokolade, wo dann, ähm, wo irgendwie sechs Leute ihre Kippe ausgedrückt haben Das ist kinda sick Kinda dope Das wäre ein gutes Album-Cover Ähm, genau, das habe ich gesehen Und das war's Ich habe ein Frikadellenbrot gegessen Ich hatte keinen Platz mehr für zwei Aber ich habe das zweite noch Liegen Und das esse ich dann kalt Äh, äh, Banane, danke, brav Danke Oh, Hype Train, Bock Ähm, genau, und Äh, Chad ist wieder Wetterwechsel, sick, liebe Wetterwechsel Ähm, Wetterwechsel heißt, ähm Wetter, warte mal, ist heute Sonntag? Nee, heute Samstag Wetterwechsel heißt für mich Ähm Dass mein Rücken wehtut Ich hasse es Immer wenn das Wetter wechselt Oder es so eine, äh, so einen Umschwung gibt Im, ähm, Klima Äh, so Luftdruck mäßig Dann, äh, dann hab ich immer so ein Dann ist immer so mein Rücken so komisch verkrampft Ne, ist total nervig Und dann schielt immer mein Auge Das ist fucking trash Fucking dog shit Aber Das soll uns nicht aufhalten Gelle Gelle, gelle Oh, Chad, ich hab ein YouTube-Short gesehen Was Nebelnik jetzt macht 100.000 Aufrufe Wo dann gesagt wird Yo, Nebelnik Äh, streamt jetzt Und, äh Bla, 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 bla Und, äh, ist auf Twitch Das war's 10 Sekunden Video 100.000 Aufrufe Bei den YouTube-Shorts Ganz merkwürdig Ganz merkwürdig Ich hab auch gestern komisches YouTube-Short gesehen Äh, mir werden immer so Sachen vorgeschlagen Mit 10.000.000 Aufrufen Und dann ist es Ich weiß nicht, was es war Es war ein Typ, der, äh, eine ganze Flasche Wasser trinkt Und, äh, heiß war Und im Hintergrund hat man sein Haus gesehen Das war einfach ein Typ mit, mit, äh, so lockigen Haaren Und der war oberkörperfrei Und hatte eine Kette Und hatte so einen Sparkelfilter Und hat dann eine ganze Flasche Wasser geäxt Also so eine, äh, 0,5 Flasche Wasser Und das war's Und hatte 10.000.000 Aufrufe Ha Da hab ich mal was falsch Ja, ne Also, also irgendwie, ich weiß nicht, was so Was so Anspruch an Unterhaltung angeht Die, äh, jüngere Generation ist da ziemlich abgestürmt Die juckt's gar nicht mehr Das Ding ist, äh, ich glaub Chat, es gibt halt super viele Erfolgsfans, ne Äh, auch was so Musiker angeht Auch selbst wenn ein Lied Trash ist Aber es ist halt von dem Musiker, den man irgendwie, ähm, feiert Oder halt, keine Ahnung, der halt erfolgreich ist Dann hört man's halt trotzdem, ne Obwohl's halt vielleicht gar nicht mal so gut ist Ich glaub, das war schon immer so Aber mittlerweile bei Influencern Ist es besonders krass, weil Influencer sind teilweise halt echt Trash-Tier Also halt Hardcore-Trash-Tier Ne Uhhh, Nikolas Ich trink wieder Energie Ja, sorry Sorry Nikolas, danke, brav Danke für den Tierzweier WTF Danke, Homie Großen Kuss Großen Kuss Einen großen Kuss an dich Mua Danke Ähm Ja, Chad Das Ding ist Ich trink Ich trink immer Energy Wenn halt dieser Wetterwechsel ist Und mir ist halt so ganz Mir ist halt so schwindelig Und dann versuch ich halt irgendwie dadurch so ein bisschen, ähm Das halt, weil ich sitze halt den ganzen Tag nur rum Und, äh, wenn mein Kreislauf sich abschaltet Durchs halt rumsitzen Dann, ähm Äh, wird mir halt noch schwindeliger, ne Und dann, dann, äh, passe ich halt out Und, äh, deswegen Das ist halt so ein Das ist halt so ein bisschen so ein Weg für mich Ähm Das, äh So zu umgehen, ne Na Na, 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 na Hilft auch manchmal bei Kopfschmerzen Ja Feiere deine GTA-Streams Vielen Dank Wann kommt wieder Skywars? Haha, lol Willst du nur ein? Ja, Chad Es ist, äh, viel Kopium True Ah, ah Fliegis Blech Ah, oh Ich hab heute auf der Fensterbank einen kleinen Spatz gesehen Ich hab ihn angeguckt Dann ist er weggeflogen Das war süß Und ich hab mit meiner Mama eine Blume gefunden Die wurde weggeweht von einem Balkon Hä? Kühling der Grüne Äh, excuse moi Äh, fünf Gifted Subs, WTF Danke, Bruv Hä? Danke, Homie Holy Shit Big Kiss An Pinpot Elektro Oha Not bad Yo, Harambo Danke, Bruv Danke, Homie Pinput Äh, äh, Keeling Danke Schmusi Küssi Tanzt WTF Tanzverbot Yo Was machst du denn hier? Hä? Was machst du denn hier? Hab ich auch ewig nicht mehr gesehen Ich hab die paar Mal auf Twitch gesehen, aber Äh, nicht in meinem Chat Yo Danke für ein Äh, gibt's da bei Tanzsee Du kannst du auf GTA, aber man sieht dich nicht Oh shit Ja, ich hab's immer aus Äh, ich hab immer die Cam aus Sorry Oha, Big Kiss Ja, ich hab, ich hab, ich hab letztens Äh, ein Clip von dir gesehen mit, ähm Äh, hier deine alte Zeit Als, als du Gebietbox hast Als KuchenTV irgendwelche Als KuchenTV irgendwelche, äh, TTS Spams, äh, dir donated hat Und du dann, äh, ausgerastet bist Äh, das war bei, äh, Moin mit der Ben drin Ja Ha Das war eine, das war eine verrückte Zeit damals Als ich dann irgendwie, als ich dann, äh, als dann, äh, ein Video von mir geschickt wurde Und du dann gesagt hast, yo, ich, äh, ich boxe dich um auf der Gamescom Das war schon ganz funny Das war, das war eine ulkige Zeit Das war eine ulkige Zeit So blöd Alright, ähm, okay Jet Äh, wie gesagt Auge Shield Das heißt, ähm Äh, bisschen Weirdo POV Aber, wir gehen rein Äh, bi急